. Der Femm-Favorit für heute, dass wir in der Kuppe noch vier zu kommen, der Postlau-Tiran, Gregor Röntgen, am Blur-Weißen, der Einlinger-Strange-Champion, an der Kategorie... Der Femm-Favorit für heute, dass wir in der Kuppe noch vier. Der Femm-Favorit für heute, dass wir in der Kuppe noch vier. Der Femm-Favorit für heute, dass wir in der Kuppe noch vier. Der Femm-Favorit für heute, dass wir in der Kuppe noch vier. Herzlichen Glückwunsch!